Die Plattenwechselautomatik SAPC ist an allen Rapida Jumbo Standard. Daneben ist auf Wunsch die vollautomatische Version FAPC verfügbar. Mit dieser werden Plattenwechselzeiten erreicht, wie sie bisher nur aus dem Mittelformat bekannt sind. In drei Zyklen und weniger als vier Minuten sind alle Druckplatten gewechselt. Nur bei Maschinen mit Bogenwendung dauert dieser Prozess geringfügig länger. Geblieben sind die bewährten Colortronic Farbkästen sowie die Möglichkeit, nicht benötigte Farbwerke vom Leitstand aus stillzusetzen. So können die überflüssigen Farbwerke nicht heiß laufen und die bei anderen Druckmaschinentypen notwendige Pflege mit Walzenöl entfällt. Durch das vergleichsweise kurze Farbwerk kann die Verreibwärme optimal abgestrahlt und ein Wärmestau vermieden werden. Dies begünstigt Viskositätskonstanz, Farbefeuchtmittelbalance und daraus resultierend die Prozessstabilität. Ein weiteres Highlight sind die Kombinationswaschanlagen der Rapida Jumbos. Platten, Gummi und Druckzylinder werden mit nur einer Wascheinrichtung, die auf einer Lineareinheit die entsprechenden Positionen anfährt, gereinigt. Dadurch, dass die verfügbare Waschtuchlänge in der Maschine erfasst wird, erkennt der Drucker am Leitstand die Anzahl der noch möglichen Waschvorgänge und kann den Tuchwechsel gezielt einplanen. Mit Wash & Print bleiben die UV-Trockner während des Gummituchwaschens im Standby-Betrieb. Die Natto-Produktivität bei der UV- oder Hybridproduktion geht so deutlich nach oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017